Willkommen zu dieser geführten Meditation zum Einschlafen. Wenn Sie während des Hörens dieser Meditation spüren, dass Ihr Bewusstsein mehr und mehr abschweift und meine Stimme in den Hintergrund tritt, lassen Sie es einfach geschehen. Wir beginnen mit einer Vorbereitung. Die Vorbereitung auf einen tiefen, entspannten Zustand. Weil Menschen auf persönliche Anrede oft besser reagieren, werde ich im Folgenden das freundschaftliche Du verwenden. Bitte atme jetzt tief ein. Spüre die frische Luft, die durch Deine Nase strömt, Deinen Brustkorb füllt und wieder hinausfließt. Jeder Atemzug geschieht von selbst. Jedes Mal, wenn Du ausatmest, lässt Du ein Stück mehr los und Ruhe zu. und die Konzentration auf meine Stimme gelingt mühelos. Es ist als ob mit jedem Atemzug die Welt um Dich herum ein Stückchen stiller wird und Du näher an einen wunderbaren Ort und in Dir selbst herantreten kannst. Stelle Dir vor, da gäbe es einen Raum. Einen Raum der Stille und des Friedens. Wie würde dieser Raum aussehen? Ein Raum der Ruhe und des Friedens. Der völligen Entspannung. Dieser Raum, der in Dir existiert, in Deiner Vorstellung, in Deinen Wünschen, wurde nur für Dich geschaffen. Dieser Raum ist ein Zufluchtsort, weit weg von dem, was Dich in Deinem Alltag belastet. Hier gibt es keine Pflichten, keine Erwartungen, die man an Dich stellt. Nur den reinen Moment des Seins und der Stille. Ein Ort, der nur dazu geschaffen wurde, Dir Heilung, Ruhe und Frieden zu schenken. Lass die Welt um Dich herum verblassen. Die Geräusche, die Gedanken, die Ablenkungen. All das zieht jetzt an Dir vorbei, wie Wolken am Himmel. Du bleibst vollkommen unberührt von jedem Gedanken, der kommt und wieder geht. Von jedem Gefühl, begleitet von diesen Gedanken, die kommen und gehen. Du bist ganz bei Dir, wirst mit meinen Worten immer ruhiger und ruhiger. Diese Stimme will Dir helfen, wie ein guter Freund, der bei Dir ist, wenn Du es brauchst. Fühle eine sanfte, aber zunehmende Schwere in Deinen Augenlidern, als ob kleine Gewichte sie sanft nach unten ziehen. gib Dich diesem Gefühl hin, dass Deine Augenlider jetzt immer schwerer und schwerer werden. Deine Muskeln entspannen sich von der Stirn über die Wangen Dein Gesicht, den Nacken bis hinunter bis hinunter zu den Zähnen. Eine Welle der Entspannung durchfließt Deinen ganzen Körper. Ein Gefühl der Geborgenheit umhüllt Dich. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle. Es fühlt sich an, als ob die Zeit stillsteht. Und alles, was zählt, ist dieser Moment, dieser Ort, dieser Atemzug. Vertraue darauf, dass alles von einer tiefen Weisheit betrachtet und bewacht wird. Eine Weisheit, die kennt, was Du brauchst, um Dich zu erholen, um Dich zu regenerieren, um inneren Frieden und Heilung zu erfahren. Stelle Dir vor, wie dieser Raum von einem sanften, goldgelben Licht durchflutet wird. Dieses wundervolle Licht vermittelt Geborgenheit, Liebe und Frieden. Es umhüllt Dich. Es kennt Dich und Deine Bedürfnisse. Es bereitet Dich darauf vor, noch tiefer in die Welt der Entspannung und des inneren Friedens einzutauchen. Tief in Deinem Inneren gibt es einen Ort, an dem alle Antworten liegen, an dem Ruhe und Frieden herrschen. Mit jedem Einatmen sammelst Du die Energie um Dich herum. Mit jedem Ausatmen lässt Du alles los, was Du jetzt nicht mehr benötigst, um tief und fest schlafen zu können. Ein natürlicher Rhythmus der Entspannung und Müdigkeit, der Energetisierung Deiner Seele. Stelle Dir nun vor, Du stehst an der Spitze einer großen, breiten, hellen Treppe. Diese Treppe repräsentiert Deinen Weg in eine tiefe Entspannung, die so tief sein kann, dass Du sie so noch nie erlebt hast. Ich zähle gleich rückwärts von 20 auf 0. Mit jeder Zahl gehst Du eine Treppenstufe nach unten. Mit jeder Zahl lässt Du doppelt so viel los als davor. Sinkst doppelt so tief in die Entspannung. Völlig mühelos. Ich werde von 20 bis 1 zählen. Mit jeder Zahl, die ich zähle, nimmst Du eine Stufe hinunter. Spüre, wie mit jeder Stufe die Welt um Dich herum immer weiter entfernt und unbedeutender wird. 20 Spüre den festen Untergrund unter Deinen Füßen. Schaue Dir imaginär die helle, breite Treppe vor Dir an, die nach unten führt, die Dich in Deine Entspannung führt. Die Umgebung wird immer stiller. 18 Ein Gefühl von Frieden breitet sich in Dir aus. Du fühlst Dich wohler und wohler. 17 Dein Atem wird langsamer, ruhiger, gleichmäßiger. 16 Jede Zelle Deines Körpers entspannt sich mehr und mehr. 15 Spüre die zunehmende Ruhe. 14 Deine Gedanken werden ruhiger. Gedanken ziehen wie Wolken an Dir vorbei. 3 Ein warmes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit breitet sich in Dir aus. 12 Dein Körper wird schwerer, aber gleichzeitig auch irgendwie leichter. So als ob Du schweben würdest. 11 Lasse los von allem, was Dich belastet. Jetzt ist Zeit für Dich. 10 Du bist vollkommen entspannt. Egal wie weit Du Dich mit Deinem Bewusstsein entfernst, Irgendetwas in Dir hält immer den Kontakt zu meiner Stimme. 9 Am Ende der Treppe nimmst Du bereits ein sanftes Licht wahr. 8 Du bist fast angekommen. Lasse einfach noch mehr los. 7 Deine Sinne sind fokussiert und ruhig, tiefer und tiefer entspannt. 6 Das Tor zu Deinem Unterbewusstsein öffnet sich weiter und weiter. 5 Noch ein paar Stufen. Du bist fast am Ziel. 4 Spüre und erfahre Heilung in Dir. 3 Ganz nah am Tor zu Deinem Inneren. 2 Nimm einen tiefen Atemzug der Erleichterung jetzt. 1 Du bist angekommen. Die Treppe liegt hinter Dir und vor Dir öffnet sich eine Welt des Friedens, der Liebe und der Geborgenheit. Nimm Dir einen Moment Zeit, um Dir diese Welt vorzustellen. 2 Erleichterung wird die zu der Erleichterung dient, die und die Erleichterung gibt. In diesem tiefen, friedvollen Zustand der Entspannung gibt es einen weiteren Ort, an dem du die Entspannung noch weiter zulassen und genießen kannst. Dies ist ein Ort, den du vielleicht schon einmal in einem Traum besucht hast, oder von dem du vielleicht träumen wollen würdest. Ich lade dich ein, dich noch tiefer zu entspannen, deine körperliche Entspannung zu deiner geistigen Entspannung werden zu lassen, völlig mühelos loszulassen. Begib dich imaginär weiter in die Landschaft deines Inneren. Vor deinem inneren Auge siehst du einen ruhigen und klaren See. Das Wasser ist so still, dass es wie ein perfekter Spiegel aussieht, der den Himmel und die umliegenden Bäume reflektiert. Dieser Ort ist nur für dich geschaffen, durchströmt von Licht und Lebendigkeit. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Vögelchen am Himmel ist durchflutet von lebendigem Licht und Leben. Du bemerkst eine gemütliche Bank am Ufer des Sees, die nur für dich bereitgestellt wurde. Denn dieser Ort ist für dich bestimmt. Setze dich auf diese Bank und blicke auf das Wasser. Die Fähigkeit, dir Dinge vorzustellen, ist jetzt um das Zehnfache gesteigert. Alles, was ich sage, wirkt sich nur positiv auf dich aus. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle und fühlst dich zu jeder Zeit vollkommen wohl. Die friedvolle Szenerie lässt dich weiter entspannen, lässt dich sinken in einen Zustand tiefer meditativer Ruhe. Während du dort sitzt, lasse den See als Symbol für deinen Geisteszustand werden. Jede kleine Welle, die sich auf der Wasseroberfläche bildet und wieder verschwindet, er repräsentiert einen Gedanken von dir, der kommt und geht, der von dir beobachtet wird, aber bewertungslos wieder freigelassen wird. Wie die Wellen lass auch du weiterhin deine Gedanken einfach kommen und gehen mit dem Wissen, dass dein Inneres, die Instanz, die mir auch dann zuhört, wenn du schläfst, sich um all jene Dinge kümmern wird, von denen du dachtest, du müsstest dich bewusst daran erinnern. Erlaube deinen Gedanken, sich frei und ungehindert zu bewegen, denn du bist lediglich ein ruhiger Beobachter. Mit jeder Welle, die an das Ufer schwappt, spürst du, wie du tiefer und tiefer in den Zustand mit hypnotischer Entspannung singst, es ist, als ob jede Welle eine neue Schicht von Stress und restlicher Anspannung einfach wegspült, wie die Sandschicht eines kleinen Strandes, die gesäubert und gereinigt wird, mit jeder Welle, die fließt. Mit jedem Hin und Her, mit jeder sanften Bewegung gleitest du noch tiefer in diesen angenehmen Zustand von Müdigkeit und Entspannung hinein. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Es atmet dich und mit jedem Atemzug ziehst du die reine, erfrischende Energie aus dieser wunderschönen, leuchtenden Umgebung. Du nimmst sie tief in dich auf. Mit jedem Ausatmen lässt du jegliche Reste von Anspannung einfach los. Alles, was noch in dir verbleiben könnte, was nicht gut für deine Erholung sein könnte, atmest du aus. Fühle, wie dieses sanfte, warme Licht von oben herab auf dich scheint. Dieses Licht ist heilend, energetisierend und befreiend. Es hat sich dich ausgesucht, um dir ein Gefühl von Geborgenheit und Liebe zu schenken. Es durchdringt jede Zelle, jeden Muskel, jeden Gedanken. Es fühlt sich an, als ob du von einem liebevollen, universellen Bewusstsein umarmt wärst. Dieses Licht vermittelt dir sanft die Botschaft, dass alles in Ordnung ist. dieser wundervolle, leuchtende Ort mit diesem klaren See. Dieser Zustand ist eine heilende Erfahrung für dich. Du bist hier, um dich selbst aufzuladen, dich zu erneuern und dich auf das Wesentliche zu besinnen, der inneren Ruhe und Entspannung. Das tiefe Gefühl von Ruhe und Zufriedenheit, das du jetzt mehr und mehr empfindest, ist ein Zeichen dafür, dass du in der Tiefe deines Wesens zu Hause bist. Erlaube deinem Bewusstsein noch mehr abzuschweifen. In vollem Vertrauen, dass die Instanz in dir mir immer noch zuhören wird und all jene Dinge, von denen du dachtest, sie seien schwer, in Zukunft viel leichter sein werden. Nimm dir noch ein paar Momente, um in diesem tiefen, heilenden Zustand der Ruhe zu verweilen. Fühle, wie jeder Atemzug und jeder Herzschlag dir sagt, dass du geliebt wirst und du wertvoll bist und dass alles in Ordnung ist. Fühle, wie jeder Atemzug und jeder Herzschlag dir sagt, dass du geliebt wirst. Von der Bank am Ufer des Sees aus, auf der du imaginär sitzt, führt ein weicher, sandiger Weg durch den Wald. Die Bäume hier sind hoch, majestätisch. Ihre Äste bieten ein schützendes Dach. Jeder Baum leuchtet, jeder Baum ist lebendig. Ein sanftes, warmes Licht strahlt von ihnen aus und beleuchtet deinen Weg. Gehe diesen Weg entlang. Während du gehst, fühlst du den sanften Sand unter deinen Füßen. Du hörst die Geräusche des Waldes, das Zwitschern der Vögel und das leise Rascheln der leuchtenden Blätter im Wind. Es ist alles so beruhigend. Die Luft ist mit einem wundervoll frischem Duft erfüllt. Du erreichst den Fuß eines besonders beeindruckenden Baumes. Sein Stamm ist breit und stark, seine Wurzeln tauchen tief in die Erde ein, während seine Äste hoch in den Himmel ragen. Und auch dieser Baum leuchtet majestätisch mit einem Licht, das deine Augen wunderbar vertragen können. Völlig blendungsfrei, ein energetisches Licht von Liebe und Geborgenheit. Dieser Baum scheint das Zentrum des Waldes und das Zentrum des leuchtenden Lichts ist das hellste von allem. An seinen Wurzeln siehst du eine Einladung. Du spürst, dass dieser majestätische und leuchtende Baum, der so viel Liebe und Zuversicht ausstrahlt, dich völlig wortlos dazu einlädt, dich niederzulassen. Du fühlst dich müde und erschöpft und gibst alles an diesem Baum ab. Du setzt dich hin und lehnst dich gegen den Baumstamm. Du spürst die Energie dieses Baumes, die durch ihn strömt und dessen Licht sich heilend über dich stülpt und dich umarmt. Es fühlt sich an, als ob der Baum mit dir spricht, dir Geschichten erzählt von Heilung. Du bist willkommen, geliebt und genauso richtig, wie du bist. Du bemerkst liebevolle, leuchtende Lichtwesen, die im Wald um dich herumschweben, engelähnliche Gestalten, gefüllt mit Liebe und Verständnis für dich. Sie sind Wesen des Lichts, des Friedens und der Liebe. Sie nähern sich dir und je näher sie kommen, umso geliebter und akzeptierter fühlst du dich. Sie umarmen dich und du wirst noch müder. Mit jedem Atemzug wirst du müder, getragen von Händen der Liebe, umarmt von Gefühlen der Akzeptanz und Geborgenheit, erlaubst du nun deinem Bewusstsein, mehr und mehr zu schlafen, immer mehr loszulassen, die Müdigkeit in meiner Stimme, sich auf dich übertragen zu lassen. Diese Stimme, die zu dir spricht, die dir helfen möchte, loszulassen, wann immer du ihr zuhörst. Mit jedem Atemzug und jedem Geräusch um dich herum wirst du müder und erlaubst deinem Bewusstsein, sein abzuschweifen und mehr und mehr loszulassen. Und wie du bist kann, wenn du schön gut übertarst? So, wie du dadurch ein Desde Obrechen Cler 관심 bist, Und wie du dein aufer clientverliegt bist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020